Startposition Schlägerkopf nach oben, stehe in Schrittstellung und die Füße zeigen nach vorne. Split-Step Springe nach vorne in den Split-Step, Beine parallel und Hüftbreit, Knie leicht gebeugt. Landung im Moment des gegnerischen Treffpunkts. Kleiner Schritt jetzt mit rechts nach vorne in Richtung Ball und führe gleichzeitig den Schlägerkopf maximal bis Ohrhöhe zurück. Bewege den Schläger nach vorne leicht abwärts und beginne dabei mit dem Schlagschritt links. Treffpunkt in der Vorwärtsbewegung, stabiles Handgelenk und Ellbogen und Treffpunkt weit vor dem Körper. Landung auf dem linken Fuß und komplette Gewichtsverlagerung nach vorne. Jetzt wieder zurück in den Split-Step. Split-Step Beine parallel und Hüftbreit. Die Schlägerfläche zeigt nach vorne. Hinterherfläche zeigt nach vorne. Trainingsaufgabe. Spiele 20 Volleys abwechselnd Cross und Longline. Beginne immer in der Startposition. Jeder Treffer ins richtige Feld gibt einen Punkt. Schaffst du 10 Punkte? Dann zum letzten Schritt.